Hallo! Läuft alles? Jawohl, läuft alles. Ähm, hups. So. Bisschen leiser. Daily Run, ähm, wir haben es ja geschafft, fünfmal hintereinander. Das heißt, ich bin so ein richtiger, ja, richtiger Safe-Spot bin ich. Tab, Daily Run mit Judas. Heutiger Daily Run. 5.2.2017 Daily Run mit Judas. Oh, geht bis mega, Satan. Alles klar. Okay, es geht bis mega, Satan. Wir wissen, wir haben nur ein Herzchen. Könnte auch schnell vorbei sein. Wir haben nur noch ein halbes Herzchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte, bitte, lass was Gutes drin sein. Okay. Daily Run steht da links. Daily Run und geht bis mega, Satan. Alles klar, wir haben ein halbes Herzchen. Könnte ganz, ganz fix vorbei sein. Außer, die haben irgendwas gemacht hier, dass es irgendwie anders ist. Aber ich glaub's ja nicht. Naja, wir werden sehen, äh, warum ist jetzt meine Tear Raid runter? Ach, wegen Intensifying Tears, ne? The World haben wir. Okay. Okay, es kann auch wirklich ganz schnell vorbei sein. Dann gibt das ein Mini-Pillow-Video. Aber es ist ja, wir müssen ja nur teilgenommen haben, ne? Wahrscheinlich müssen wir auch gestorben sein oder so. Aber, boah, dieses Intensifying Tears ist ja schon gerade für so einen Raum super nice, ne? Das muss man ja schon sagen. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob das Raum übergreifend geht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und gucken mal, ob es da vielleicht noch irgendwas gibt. Hier. Okay. Es gibt ein Herzchen, ein blaues. Das ist doch nett. Muss ich natürlich jetzt kaufen. Ich hätte es gerne erst später gekauft, aber das soll ich machen. Ja, und gehen wir jetzt natürlich nicht rein. In diesen Zickzack-Raum. Das ist ja klar. Und es wird sein, es ist The Hound. Alles klar. Oh mein Gott. Ich würde hier gerne weit weg kommen, um halt ein bisschen Speed drauf zu kriegen. Oh, fuck. Okay, warum habe ich das nicht gleich eingesetzt? Ich habe keine Ahnung. Für den ist natürlich Intensifying Tears Weltklasse. Jawohl, wir kriegen Münzen. Ganz toll. Oh, richtig viele sogar. Was gab es da unten? Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut. Richtig viele Münzen. Gar nicht so schlecht. Mit Shooters. Die Flashlight. Und Schlüssel. Nehmen wir alles mit. Super. Bin mal gespannt, wie weit ich wirklich komme hier. So. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich versuche halt dieses Intensifying Tears so gut wie möglich zu nutzen. Geht halt nicht immer, ne? Ich habe nur noch ein halbes Herz. Das war anscheinend eben ein Dicker, der mich getroffen hat. Ah ne, ich bin ja bei der Hau und schon mal getroffen worden. Zum Glück haben wir ja schon unsere... Oh, das ist nett. Dankeschön. Gucken wir mal, ob das raumübergreifend geht. Das geht sogar raumübergreifend. Das ist ja nice. Okay. Hier muss Ring und Steinchen sein, Mann. Von hier aus. Okay. Geh kaputt. Gut. Ich mache jetzt noch mal weiter. Ich habe gerade Intensifying Tears. Das ist gut. Das ist sehr nett. Das lassen wir mal in diese Richtung stehen. Bei 5. Ne. Okay. So. Jetzt kommt Pin. Gut. Pin ist in Ordnung. Ich lasse das jetzt einfach mal so in diese Richtung. Auch wenn ich ihn jetzt nicht so oft treffe. Jetzt ist er down. Speeder. Und... Nur Müll. Wirklich nur Müll. Ich gehe einfach weiter. Ich gucke immer ein Itemraum und dann... Ich muss ja jetzt nimmer, ne? Ich muss ja nimmer das Ding durchziehen hier. Das ist ja jetzt noch zum Spaß gedacht. Ach komm. Scheiße, wie Intensifying Tears. Tolle Wurst. Was haben wir hier? Zwei rote. Könnten wir machen, ne? Jetzt warten wir mal ab, was hier noch kommt. Wow. Und wir bekommen... Und wir bekommen... PhD, okay. Schade. Ach man. Oh, was willst du da machen? Kacke. So. Ich spiele aber auch mit Rots zusammen. Oh mein Gott. Ich bin down. Leute, ich bin down. Ich bin down. Das war mal... ein ganz kurzes Run. Oh scheiße. Habe ich missgespielt. Naja. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.